herzlich willkommen liebe zuschauer zum tradingtipp dem letzten dieser handelswoche am großen verfallstag wir oder ich komme auf eine aktie zu sprechen die ich schon im dax check dabei hatte sartorius die vorzüge sind seit ein paar tagen wieder ordentlich unterwegs wir sehen es wir waren unter 320 euro da war ja die welt nicht so in ordnung doch in der ja mit dem gesamtmarkt jetzt sind wir wieder auf 347 euro gestiegen waren heute morgen schon bei 350 damit an dem widerstand dran und wir sind auch hier ich hoffe das erwische ich einigermaßen perfekt an diesem abwärtsland dran und wenn wir da auch noch rausgehen dann ist luft ja zumindest jetzt mal an die geppkante hier oder besser gesagt an das hoch hier die geppkante ist da unten wäre falsch also hier in dem bereich 370 und das wenn wären zu 22 euro 7 prozent und die das könnte sich relativ schnell einstellen und deswegen hier ein faktor long auf sartorius auf die vorzüge wie gesagt die mb6 pch 13 73 ist der aktuelle stand 3 ist der faktor das heißt den stopp den legen wir bei 12 euro 30 gestern war es linde linde ausbruch auf ein neues allzeithoch zumindest zeitweise sind dann wieder zurückgekommen ein plus von 0,6 prozent trotzdem haben wir den spread verdient so die information die ich bekommen habe also ich gehe mal davon aus dass linde weiter seinen gang geht und der schein wie gesagt ja knapp den spread verdient 10 44 empfehlung aktuell 10 41 ich würde auf jeden fall da drin bleiben das war schon wieder kurz und schmerzlos ich wünsche ihnen gute kurse ein wunderschönes wochenende soll ja sehr sonnig werden zumindest mal jetzt hier in franken und ja bis montag macht es gut